Aber wieder Einigkeit demonstriert vor dem wichtigen Spiel gegen den HSV. Doch als dieser schon wieder, wie in der Hinrunde, dank Markus Schopp in Führung ging, befürchteten viele ein Desaster. Der so wichtige Ausgleich durch Markus Schrot. Burkhard Reich hatte zur Sicherheit den Ball ins Netz gedrückt. Der Ball war schon über der Linie. Super, das 2 zu 1. Diagonalflanke, dann die lässt abtropfen, Fischrot. Vorbildlicher geht's nicht. Dann die will sich aus der Krise schießen. Es ist wie verhext. Dann die letzte HSV-Chance. Durch Richard Golz. Und im Gegenzug die Erlösung. Die Erlösung.